hallo dazu kommst du diesen video heute mal wieder ein film tagebuch und zwar das erste im jahr 2022 ich habe ja doch doch einige filme gesehen paar reviews habt ihr ja auch schon von mir gesehen ja würde ich sagen quatsch gar nicht so lange sondern kommen gleich zum thema fangen an mein erster film des jahres ihr wisst es so silvester kater aus nüchtern sozusagen guckt man immer ein paar filme oder was ich hier was eigentlich nur ein film und zwar krieg und frieden part one habe ich mir angeschaut ja der kann mir noch mal raus in so einer edition die habe ich jetzt gerade nicht hier ist ja in vier teile geht ja über sieben stunden insgesamt habe jetzt wie gesagt part 1 gesehen und ja muss man sich erst mal wieder rein finden ganz schön alter film und ich denke mal wenn ich alle gesehen habe werde ich dazu noch mal ein video machen wird sich aber ein bisschen weil alle man so hintereinander so kurz zu gucken ist denn also ja da muss man ein bisschen zeit zwischen lassen und ich werde versuchen jetzt jeden monat einen teil davon zu gucken und dann wird dann mal so ein gesamt review zu diesem film von mir kommen ja dann hatte ich mir mal wieder hatte ich mal wieder richtig bock gehabt dracula zu gucken bram stalker dracula ja was soll ich sagen ich liebe diesen film sehr geiler film auch wieder sehr cool gewesen da so einen jungen keanu reeves zu sehen ja gary oldman da natürlich als dracula herausragend viona rider mit dabei anthony hopkins dabei wie gesagt also sehr sehr viele coole schauspieler wie sagt keanu reeves dort als sehr sehr jungen der mit gespielt hat und ja ich kann ihnen film wirklich immer nur wärmstens fehlen sehr cool auch in in 4k war noch sehr sehr gut für mich ist das fünf von fünf film ich liebe diesen film die musik dieses ganze setting die atmosphäre ist einfach ja mit der kann man fast sagen beste dracula film eigentlich mit denen es gibt ja das muss mal so ja danach den ghostbusters afterlife review dazu hatte ich ja gemacht verlinke ich euch hier nochmal unten denn wie gesagt eternals review habe ich auch gemacht verlinke ich euch auch dann habe ich mir den film angeschaut ist ja jetzt neu gewesen auf apple tv plus und zwar wird tragedy of macbeth ja also wie sagt wurde ja schon sehr oft verfilmt ist ja von shakespeare die trage die auf die tragödie um macbeth die geschichte geht ja darum dass halt macbeth halt was in naja wie soll ich sagen nicht der könig ist aber ihm sagen drei hexen oder wie sagt vorhersagen sozusagen dass er der nächste könig wird er plant mit seiner frau zusammen ja den könig umzubringen damit er könig wird und dann ja wird es aber mehr verstrickungen verzweiflung bla 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 geht das dann halt so weiter wie sagt ist filme schon sehr cooler film also wir haben hier wie sagt denzel washington als macbeth francis mcdormand als lady macbeth ja also wir haben hier wirklich ja brenn glaser glaser glasen mein gott wie wird er denn ausgesprochen also wir haben ja schon sehr sehr gute schauspieler und nicht zu vergessen regie von joel cohn also nicht die cohn brüder zusammen sondern nur von joel cohn ist ja glaube ich der mann von von francis mcdormand und das war so ein herzensprojekt glaube ich wie ich das mitbekommen habe und ist halt stilisch ist sehr sehr cool so dieses schwarz weiß mit diesen vier zu drei man muss da natürlich lust drauf haben weil ihr wisst shakespeare die reden halt alle sehr komisch und man 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 hört das muss erstmal überlegen was dieser satz jetzt eigentlich ja was da gesprochen wurde weil es halt diese reden diese art des redens halt sehr sehr merkwürdig ist wie gesagt geschichte ist jetzt nicht neu es wurde sich auch sehr doll an die vorlage halten aber halt nicht nur irgendwie interpretiert für mich war das mehr so ein ja wie so ein kunstfilm er sah einfach unheimlich gut aus war gut geschauspieler der stil und so das war schon sehr sehr cool auf jeden fall trotzdem konnte mich nicht so ganz überzeugen und formiert jetzt drei von fünf gekriegt ist natürlich aber ein bisschen schwierig so ein film zu bewerten jetzt wie gesagt weiß die film also die auch schon sehr oft verfilmt wurde ja ja aber wie gesagt trotzdem ich fanden sehr sehr gut und wie gesagt gibt es ja bei apple tv plus dann gibt es weiter hier dallas buyers club ja den ich hier habe hatte ich ja mit africa eben ein podcast gemacht ich verlinke euch den noch mal hier unten wo wir über diesen film geredet haben wie auch muss ich jetzt nicht mehr groß was zu sagen denn in american wolf in paris paris mein gott ja hier dieses geile media book hatte ich ein unboxing gemacht cooler film ich finde diesen film immer noch ziemlich geil ist und film ja aus meiner was heißt kindheit nicht aus meiner jugend ja die 90er filme die waren alle so ein bisschen ja diesen komischen ja teenie humor irgendwie das hat damals irgendwie alles so gepasst also man darf die natürlich nicht mit merken wolf in in london vergleichen das natürlich ein viel viel besserer film mit der atmosphäre und dem ja also das sind viel ernsterer viel ja der film ist in allen gleichen einfach besser muss man sagen und hier paris ist halt einfach so man darf den einfach nicht so miteinander vergleichen paris ist halt einfach eine andere interpretation sage ich mal der geschichte die ungefähr ja im grunde die grundzüge sind ja identisch aber halt hier einfach mehr auf diesen ja fun look spaßige diesen jugendhumor dieses ja mit drin zu haben diesen dödeltrupp da sozusagen der die amerikaner da diese europareise machen das ist halt so ja ich weiß nicht viele filme waren damals so immer ein paar alles ist alles so dieser komische blöde humor der damit drin ist natürlich auch ein paar ja brutalere ernstere zähne natürlich sind die effekte sehr schlecht gealtert aber trotzdem dieser film also ich würde den jetzt einfach nur mal so eine drei von fünf geben aber irgendwie bei mir so dieser nostalgie faktor einfach darum eine vier von fünf weil ich auch jetzt noch finde ich fand ich den irgendwie geil habt ihr schon ewig nicht mehr gesehen gehabt aber es hat einfach mal wieder spaß gemacht diesen film sich anzuschauen dann habe ich mir copshop angeschaut ihr wisst selber reviewer ich dazu gemacht dann kommt jetzt hier ein film dazu kommen noch reviews ihr wisst ja ich habe ja letztes jahr das hat sich natürlich leider ein bisschen gezogen alles terminator alle terminatoren filme geschaut und da reviews gemacht das letzte war erst vor kurzem online gewesen jetzt habe ich das aber alles hinter mir hatte ja dann zwischendurch auch mal die ganzen madmax film ich mache es ja immer so dass ich mal eine ganze reihe am stück gucke was jetzt am stück eine ganze reihe in kurzer zeit gucke und dann dazu ein review mache und dieses jahr hatte ich mir hatte noch vorgenommen die madmax-filme weil sie jetzt auch in den 4k erschienen sind darum habe ich jetzt hier den ersten schon geguckt eigentlich habe ich jetzt alle schon geguckt mittlerweile und da wird es dann in kürze jetzt immer so nach und nach halt die reviews zu geben ja kleiner spoiler oder kleiner hinweis um diesen rande schon mal es kommen ja dieses jahr im märz noch der pate ja raus und da wird es dann auch von mir zu jedem film ein review geben könnt ihr euch schon auf freuen ja denn was hätten ist review dazu hatte ich ja gemacht dann habe ich mir den film titan 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 angeschaut wie gesagt jetzt sind wir an hatte da auch schon review zu gemacht hat auch das die book vorgestellt ja ich hatte auch viel im vorfeld von diesem film gehört war mir aber ich fand den trailer irgendwie ich stehe auch auf filmen die anders sind einfach die mal ein bisschen abgedrehter sind wo man sich vielleicht auch ein bisschen belesen muss um die zu verstehen oder so mag ich ja auch mal ganz gerne titan ist jetzt aber ja der war sehr anders also anders heißt ja auch nicht immer dass es gut ist ja das muss man auch dazu sagen aber titan war jetzt wie gesagt die geschichte ist ja mit einem mädchen oder mit einer jungen frau die ja mal einen unfall hatte dadurch eine titan platte im kopf hat und ja jetzt mal so ein komisches verhältnis zu autos hat ja und selbst so nicht weiß wer sie ist was für ein körper sie verkleidet sich dann ja noch als jung weil sie verstecken muss alles so eine sehr strange geschichte an sich schon und dann noch mit dem feuerwehrmann da und das ist alles so sehr strange natürlich eine aussage hier wie sagt selbstfindung und blablabla alles so weiter alles okay aber für mich hat das irgendwie nicht funktioniert ich gebe es zu es mag ein guter film sein es ist ja auch schauspielerisch und und optisch alles eigentlich sehr sehr gut aber für mich hat mich konnte dieser film irgendwie nicht abholen und und für mich hat es einfach nicht funktioniert es ist nicht irgendwie wo ich jetzt sage ja ich sehe das oder ja nee es war einfach nicht es war einfach nicht mein film muss ich sagen ich mag mag sein dass es ein sehr guter film ist aber auch mal was anderes ist aber nein für mich wie gesagt für mich persönlich hat es einfach absolut nicht funktioniert und darum kann ich dem film auch wirklich nur eine 2 von 5 geben wo es dem vielleicht nicht gerecht wird aber wie gesagt wenn manche den abfeiern okay aber wie sagt mein film ich gebe es ganz ehrlich zu war es einfach nicht gewesen für mich hat diese geschichte dieses was ich da gesehen habe einfach null funktioniert und kann man ja auch mal zugeben so dann wie gesagt mit max 2 dann habe ich ja meling nennt oder so wie er heißt diesen horrorfilm angeschaut da wurde auch viel ja überall in letzter zeit ist ja auch vor kurzem erschienen erst auf blu-ray und da wurde ja viel geredet menschen cooler film und ich glaube auch der manuel fand den sehr sehr gut und da habe ich das mit leistnehmer aus er weiß glaube ich bei amazon prime nicht für 99 cent drin gewesen leistnehmer aus guck's nehm an ihr wisst ja ich bin ja nicht so extrem der große horrorfreund und dann war ja noch ist es ja auch noch der film hier von wie heißt er noch mal james wann der hier mal wieder ja genau james wann war es gewesen der die conjuring filme gemacht hat wo ich sage die conjuring filme 1 und 2 fand ich eigentlich auch wirklich sehr gut sind jetzt keine meisterwerke waren eigentlich sehr gut gewesen aber alles was da an und die ganzen anderen filme man habe ich auch nicht mal alle gesehen aber ein teilweise ist sehr sehr großer schrott aber da war er nur noch produzent ja man könnte auch james wann als meister des das jumpscares benennen was ich auch überhaupt gar nicht mag dieser film war eigentlich ganz gut muss ich ganz ehrlich sagen wir haben eine coole geschichte coole hauptcharakter er spielt so ein bisschen mit diesem jumpscare versucht das so ein bisschen zu verarschen es ist sich dem bewusst was er da mit diesen anderen film so angerichtet hat spielt da so ein bisschen mit fand ich eigentlich ganz gut hat eine coole spannung auf jeden fall macht spaß der film ist aber ab einem gewissen punkt doch sehr vorhersehbar man kann es dann nachher schon sehr schnell erahnen wer oder was das ist so ungefähr also man ja man erahnt wer es ist aber nicht wieso also man ich hatte da eine andere fährte aber so wie es nachher war damit habe ich jetzt nicht gerechnet aber es war ich es war ein cooler film er hat mich gut unterhalten er war spannend gewesen hatte aber auch seine fehler das muss man einfach mal dazu sagen um jetzt hier mal schnell auf den punkt kommen ich habe ihm eine 3 von 5 eine gute 3 von 5 gegeben war wirklich einer dieser besseren horrorfilme der letzten zeit die so naja ich sag mal die jetzt nichts besonderes sein wollen ich sag mal sowas ist jetzt kein kein ja kein herrity terry mein gott oder so ja sowas natürlich nicht davon ist er weit entfernt oder the witch oder sowas ja ja dann wie gesagt mad max teil 3 kommt noch was und dann habe ich noch einen film geguckt auch eine erstsichtung habe ich mich immer vorgesträubt oder ich wollte ihn irgendwie nie sehen super acht ja von jj abrahams produzent war ja glaube ich ja wer war der produzent naja jedenfalls super acht irgendwie so ein film ich weiß nicht der hat mich irgendwie nie nie irgendwie so begeistert also also was heißt begeistert ich wollte ihn irgendwie nie sehen das war so ein film habe ich immer so oft ja immer wieder weggeschoben hatte da irgendwie nie bock drauf ach so mit kinder es kann doch irgendwie nichts werden ja also habe ich den wie gesagt jetzt angeguckt auch in 4k weil es irgendwie mal angeboten hier bei apple tv und da habe ich mir oder bei bei itunes habe ich mir gekauft was jetzt gucken mal jetzt gucken einfach mal weil viele sagen auch immer das sehr gut und ich muss ganz sagen war cool spannend cool gedreht coole idee ja hat mich eigentlich sehr gut unterhalten natürlich hat er auch so wie gesagt ein paar probleme was ich immer so mit sind kinder habe man weiß ungefähr da passiert immer nie irgendwas bei denen von denen stirbt keiner das ist irgendwie immer so so weiß ich nicht darum das war auch so diese diese probleme weswegen ich den film eigentlich gar nicht gucken wollte er ist aber so an sich nachher hat er doch eigentlich sehr gut unterhalten muss ich sagen ich habe ihm eine 3 von 5 gegeben war wirklich ein sehr unterhaltener film teilweise auch sehr spannend ja gut dass ich doch noch gesehen habe also ich will jetzt nicht bereuen war wirklich ein sehr gut unterhaltener film so dann habe ich noch ein film geschaut wo ich demnächst erst ein review machen will also jetzt in der kommenden woche wird ein review kommen und zwar spider-man no way home habe ich jetzt endlich gesehen wie sagt kommt in kürze ein review von mir wie sagt er noch mad max full reload noch mal geschaut und gestern ganz frisch noch mal age of tom bauer er mit tom kuhs und wie heißt sie noch mal jetzt habe ich den namen vergessen da war es wieder mit den namen moment moment ach emily bland war es genau film den ich damals ja wann war der 2014 so alt ist er noch gar nicht sehr ja ich habe damals gesehen und fand den wirklich sehr sehr überraschend und sehr cool coole idee coole geschichte mit denen das immer wieder den selben tag ja wieder wieder sieht jetzt fällt mir gerade ein ich habe ihren film in dieser liste komplett vergessen gar nicht drinnen und zwar will cream of the dream habe ich den gar nicht aufgenommen in meiner liste hatte ich den genannt ist mir jetzt gerade weil ich den nämlich bereitgelegt hatte ich warte mal bevor wir jetzt noch weiter hier den habe ich ja gar nicht habe ich gar nicht eingetragen ich nicht ich habe nämlich glaube ich erst der spire club geguckt und dann den muss ich noch ja muss ich noch nachtragen ist mir jetzt gerade eingefallen was wollte ich jetzt sagen wo waren wir stehen geblieben bei age of tomorrow ja cooler film jetzt erst mal ich jetzt im 4k geschaut noch mal ja sieht einfach cool aus coole effekte cooler sound ich mag wie sagt tom kurs die action ich fand ihn einfach cool den film wird sich ja natürlich hat auch so seine schwächen er hat auch seine fehler die mir jetzt auch sehr bewusst geworden sind zum anfang zum beispiel ja ein paar sehr unlogische 10 zum anfang auch aber trotzdem finde ich überwiegt er einfach so dieser unterhaltungsfaktor wie sagt diese zeitspulen filme die haben meist ja sehr oft irgendwelche logikprobleme aber das ist jetzt hier einfach so weiter einfach ja ich weiß nicht wie tom krus und enemy blant so die chemie finde ich funktioniert eigentlich sehr sehr gut in diesem film und der macht einfach spaß schöner krach bumm peng film sage ich jetzt mal sehr viel action auf jeden fall sehr cool das ist eigentlich ein film einfach muss ich sagen also hat mir sehr gefallen ich gebe den so gerne fünf von fünf also ich finde wirklich sehr sehr gut den film und einfach top top macht macht einfach spaß ist und fand film der einfach spaß macht und ja mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen ja ja das war es eigentlich was ich geguckt habe serien nebenbei bin ich ja noch office gucken jetzt glaube ich dritte staffel bin ich jetzt ja sehr gut gefällt mir sehr gut denn noch pam and tommy sehr sehr geile serie sind jetzt die ersten drei folgen dennoch natürlich für book of boba fett und ja da werde ich wenn ich da die serien durch habe noch mal denke ich mal ein bisschen genauer darüber berichten in diesem sinne soll es auch an dieser stelle gewesen sein ich denke das video ging jetzt schon ganze weile hier so wie gesagt an dieser stelle gewesen sein vielen zuschauen und ist es beim nächsten video bis dann ciao